Was fehlt denn? Ah, Spielvielerz. Haben wir alles nicht mehr. Okay. Eben der Gegenstände. Kann ich alles leeren? Ja, Aufgabe leeren. Rüstung. Wo bin ich denn da? Nee, Werkzeuge. Da. Eisenrüstung. Kann ich drei Stück herstellen? Vier? Was fehlt denn? Eisenschrauben und Eisenplatten. Können wir alles hin? Alles gar kein Problem. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir jetzt hier an diese Aufwertung der Produktion kommen. Ähm. Wird doch mal unter Tage fahren. Weil da kann man ja, glaube ich, auch die Schiffe sehen, ne? Oder sollen wir unter Tage mal suchen? Hm. Ich bin doch unschlüssig. Keine Ahnung. Hm. Gut, wir haben Rüstung, die ich gerne mal mitnehmen wollen würde. Uh, da. Da ist sie. Zack. Na. So. Okay. Dann wären wir ja eigentlich wieder soweit gut ausgerüstet. Klar, ich könnte noch ein paar Granaten bauen. Wieder mal. Weiß nicht, wie viel wir bauen können. Ich versuche noch 20 zu bauen. Oder 25. Wahrscheinlich wird es nicht reichen. Gehe ich mal von aus. Ich schicke unser Schiff schon mal unter Tage. Hm. Nein. Ich drücke wieder falsch. Es tut mir so leid. Ich schäme mich. Ich schäme mich in Grund und Boden. Deswegen fahre ich auch unterirdisch. sehr schön. Sehr schön. So. Die Produktion für die Granaten läuft. Ähm. Was wollte ich gesagt haben? Ja, gucken wir mal. Äh. Gucken wir mal. Na, klappt das doch tatsächlich mit den 25? Wäre krass. Sonst hier nichts, ne? Ja, Spraypistole. Zirkularsaw. Wäre halt mal mega interessant. Vier Kupferwaffenbestandteile. Äh. Haben wir das hier noch gar nicht, ne? Doch, hier. Eins, zwei, drei, vier. Einfach mal Spaß. Komm, wir bauen das Spaßeshalber mal. Einfach mal gucken. Na, guck mal. Links geht eh nicht. Na, das geht aber. Uh. Dann bauen wir jetzt die Säge. Ich bin gespannt. Kann man damit denn schießen? Zirkularsaw is ready. Good power. Tool for metal working. Brief for great for dismantling cocks. Okay. Hm. Oder kann man damit abge... Also hier, äh. Na, sag mal schnell. Ähm. Kann ich damit, ähm. Kann ich da... Was wollte ich denn gesagt haben? Äh. Hm, hm. Hm. Alter. Damit kann ich wahrscheinlich schneller... Wahrscheinlich kann ich damit schneller abarbeiten? Ist das so? Ach so. Oh, wo fiel ich denn hin? Ähm. Ja, lass mal gucken. Dann würde ich mal einmal hier ein bisschen was sammeln und wieder rüberfahren. War jetzt ja nicht so erfolgreich. Ist das? Nee, oder? Nee. Wir brauchen ja das mit dem... Mit dem Ding-Symbol brauchen wir ja. Mit diesem, ähm. Na, wie heißt das? Diesen Ambus-Symbol. So. Klicken wir mal überall hier hin. Damit das Schiff hier hinfährt. Ich hoffe, wir finden den Übergang. Nee, ich fahr noch nicht an die Uhr... Äh. Mist. Wo war denn das? Ähm. Ähm, ähm, ähm. Was ist denn dieser Übergang? Verdammt, nochmal. Ich verfahre mich hier immer. Es muss unten sein. Ich bin zu weit oben. Hm. Oder ist das weiter rechts? Warte, ich guck mal... Oh, hier. Da. Aber das ist zwei. Aber das ist zwei. Aber... Wo krieg ich denn... Warte, ich guck mal, dass ich irgendwie auftauche. Wofür... Nein, das ist Schacht-Ebene. Äh. Schacht-Ebene. Jetzt komm ich nirgends so mehr raus, ne? Wahrscheinlich gibt's jetzt keinen Platz mehr, wo man... ...auftauchen kann. Nein, 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 nein. Oh, Alter. Das ist verrückt. Einfach da ins Feuer fahren. Was ist denn mit dem los? Da, 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 da. No, ernsthaft. Genau jetzt parkt da jemand. Das ist die richtige Parkplatzsuche hier. Oh, ist ja wie in der Innenstadt. Den richtigen Parkplatz finden. Aber ich hab auch den Übergang noch gar nicht gefunden, ne? Ja, wo ist denn das? Hören wir das alles mal mit. Gettenteile. Eisenerz. Hier ist er... Nee. Oder? Kerl, bin ich jetzt blöd? Wo ist denn dieser Kack-Übergang? Da ist er. Hier ist er. Ah, ich wusste es doch. Hab's doch gewusst. Ura 2 benötigt. Ja, den haben wir, ja. So, Kupfererz. Nimm mal mit. Dann fahren wir hier mal raus. Ja, das ist ja nicht so toll. Aufgaben 3. Ah, hier fortgeschritten. Ah, wir brauchen den Bohrer. Ach ja. Stimmt. Fortgeschrittliche Drillschiffs verfügen über einen, äh... Crownbohrer, den wir benötigen. Das wird nicht einfach. Da hat die Drillschiff stärkere Verteidigungsanlagen und... Verstärkungsanlagen und viele Module haben, vergiss nicht. Du musst sie alles zerstören, bevor ein Ausbruch erfolgt und das Drillschiff sich unter die Erde zurückzieht. Das nächste Drillschiff wird dann wieder volleinsatzbereit sein und alle deine Bemühungen werden verschwendet. Es empfiehlt sich dringend viel Granatwerfer, Munition und viele Granaten mitzunehmen. Wenn das Drillschiff zerstört ist, baue schnell den Bug, die Ketten und den Rumpf ab, um den Rest der Teile für zukünftige Aufwertung zu erhalten. Ja, Drillschiff Stufe 3 zerstören, das brauchen wir ja noch gar nicht machen eigentlich. Weil wir müssen uns ja erstmal, äh, leveln. Wir sind ja noch gar nicht so weit. Ich würde die Säge mal ausprobieren. Hier ist doch bestimmt kein Schiff. Aber wie, wo kriegen wir denn dann die, die, die fortschrittliche Produktionskette her? Also die, die, die Stufe 3? Kann ich hiermit absägen? Aber kriege ich dadurch jetzt mehr? Oder... 1, 2, 3, 4. So, warte. 4, 5. Toll, wow. Wow. Wow, bringt mal nichts. Vielleicht zum Abbauen beim Schiff oder so. Vielleicht interessant. Ja, ähm... Ja, ich, äh... Hallo Nachbarn. Grüße euch. Lohnt gar nicht, ne, eigentlich. Oder? Lohnt gar nicht dafür, die Granaten zu verschwenden, irgendwie. Wir müssen irgendwie an einem Schiff 3 kommen. Oder nicht Schiff 3, aber wir müssen irgendwie an die... ...an so'n, äh... ...fortschrittliche Produktionstechnologie kommen. Hm. Jo, nehm ich mit. Ja, gut. Gucken wir mal. Werden wir schon... Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Werden wir schon irgendwie finden. Ähm... Das heißt, ich würde nochmal unter Tage fahren. Weil jetzt, weißt du, jetzt wo wir unten waren, taucht auf einmal so'n Schiff auf. Unglaublich. Es ist halt immer so. Dann, wenn es... Dann, wenn es braust, ist es... ...ist es nicht da. Und wenn es nicht braust, dann ist es da. Aber unser Energiehaushalt und alles, das... ...das sieht noch relativ gut aus. Die Standardforschung wäre halt auch mal interessant aufzuwerten auf Stufe 2. Die haben wir noch gar nicht auf Stufe 2, ne? Dazu brauchen wir ja diesen Analysator, ne? Äh. Wie sieht denn so ein Analysator aus? Kann ich das mal eben in der Schiffs-Wiki nachgucken? Ähm. Forschung aufwerten. Hier. Auftrag aufgeben? Hä? Wieso aufgeben? Haben wir noch gar nicht angenommen, oder? Äh. Hä? Oder haben wir das schon auf 2? Wir haben es nur noch nicht eingebaut. Können wir gar nicht vorstellen. Ja? Haben wir... Warte mal. Überall reingucken in die Schränke. Was Flexi aus der Vergangenheit da... ...zusammengewurstet hat. Aha. Aha. Wieso baut er sowas nicht ein? Was ist mit dem los? Ähm. Was müssen wir... Was müssen wir... Warte mal. War das jetzt... Das war ein Modul, ne? Oder war das... Ne. Das war nur eine Aufwertung. Aufwertung und Modul. Aufwertung und Modul. Das müssen wir erstmal behalten alles. So. Aufwertung. Ne. Haben wir ja schon. Was erzähle ich denn da? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Und 1, 2. Haben wir schon alles. Wir haben alles auf 2. Also brauchen wir im Prinzip jetzt die Aufwertung von der Produktion, was er hier haben möchte. Okay, dann, äh, falsch. Okay, dann habe ich falsch geguckt. Entschuldigung. Ich hoffe... Also ich hoffe mal, dass... Äh, ne. Da rein. It kommt da rein. Äh. Ich hoffe, dass wir jetzt irgendwie fündig werden. Das ist ja... Das ist doch irgendwie, ne? Oh, nochmal eben schnell. Weichern. Gut. Äh. Was? Achso. Ja, aber da kommen wir ja eh nicht hin. Stufe 3. Geht da nicht. Da kommen wir ja nicht rein. Äh. Oder doch? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Okay. Aber wir sind doch viel zu... Oh, da müssen wir jetzt ein Stufe 3 Schiff angreifen. Um halt die Technologie zu bekommen. Wäre natürlich, äh... Ja. Oh, oh. Äh, kann ich hier nochmal? Kann ich hier nochmal eben schnell hin? Uh. Versteckte Rumpfteile. Eins. Titanerz will ich nochmal holen. Und dann nochmal hier hin. Aber es ist doch Tunnel. Aber ich will doch gar nicht den Bohrer jetzt. Das will ich doch gar nicht. Ich will doch hier... Nein. Wir haben nur zwei Minuten. Was mach ich denn da? Ich bin doch noch gar nicht ready. Ich bin doch überhaupt nicht ready dafür. Hilfe. Oh nein. Oh, die Nachbarn sind schon da. Hoffentlich gehen die weg. Hoffentlich bemerken die uns nicht. Nein, die stehen da. Oder? Oh, wir gehen die weg. Wir haben auch nicht mehr viel Schuss, ne? Fällt mir gerade auf. Aber vielleicht kriegen wir hier hier Stufe 3 Sachen. Das wäre ja ganz toll. Aber ich würde sagen... Äh. Fehlt hier nicht irgendwas? War hier nicht irgendwas gewesen? Anscheinend auch nicht. Aber ich würde sagen... Bevor es jetzt knallt... Tauchen wir erstmal ab. So. Ja, ja. Da können wir noch mal ein bisschen Munition produzieren und so. Währenddessen mal eben. So 200. Wie die MP. Äh. Schrotflinte brauchen wir jetzt gerade nicht. Haben wir genug? Granaten? Können wir noch Granaten herstellen? Schwarzpulver. Na, da brauchen wir wieder Kupfererz, ne? Haben wir nicht. Müssen wir auf jeden Fall farmen. Oder haben wir noch Kupfererz irgendwo reingetan am letzten Mal? Ne, wir sind pleite. Wir haben... Nichts mehr. Kohle haben wir noch genug. Das ist doch ein Graus. Ist ein Kupfererz aber jetzt reingeschmissen. Packen wir mal die Säge oben hin. Irgendwann irgendwie... Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Säge bringt es nicht. Also... Habe ich so ein Gefühl... Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Säge bringt es nicht. Also die ist es einfach nicht, weil... Keine Ahnung. Weil sie nicht. So. Können wir nochmal... Aber die Anlagen laufen langsamer, ne? Wenn wir unterirdisch sind. Das ist auf jeden Fall so, ne? Das ist mir jetzt schon aufgefallen. Sobald man unterirdisch ist, läuft das alles wesentlich langsamer. Alter, 26 Granaten. Wir haben doch Granaten gebaut. Was erzähle ich denn da? Wir haben genug Granaten gebaut. So. Äh... Warte. Jetzt sind wir unter Erde, ne? Jetzt müssen wir wieder hoch. So. Wieso gehe ich unter Tage? Ich will nicht unter Tage. Nein, bleib oben. Ach, hier ist ja kein Schiff jetzt mehr. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Jetzt müssen wir wieder abtauchen. Verschwindete Zeit. Das ist einfach verschwindete Zeit. Verschwindete Zeit habe ich nicht. 24 Minuten. Ich kann direkt wieder alles einfahren. Ich wollte gerade sagen. So. Im dunklen Labyrinth wird es noch dunkler. Aber ich glaube, hier sind wir letztes Mal auch schon gewesen. Kann das sein. Also vor ein paar Folgen. Für mich ist es ja schon ein bisschen länger her. Wie gesagt, für euch. In der letzten Folge habe ich das, glaube ich, erzählt gehabt. Ist das ein paar Wochen her jetzt. Also circa zwei Wochen. Und jetzt müssen wir wieder ein bisschen reinkommen. Aber ich bin guter Dinge. Lass mal gucken. Muss ich denn hier hin? Aber anscheinend muss ich da hin. Dann, äh, ja. Dann tauchen wir da auf. Wenn er der Meinung ist. Oh, warte mal. Das nehme ich noch mit. Okay. Merkwürdig. Ich bin... Manchmal bin ich irgendwie durcheinander. Also, Alzheimer kickt rein. Sagt man so schön, ne? So. So, Pumpgun. Ach, die Nachbarn sind schon da. Da ist ja supi. Können wir die direkt mal begrüßen. Oh. Das sind zwei Schiffe. Unser Schiff fülle ich direkt mal zurück. Also direkt... Alter, wo? Jo, jo. So. Jo, jo. Nehme ich alles mit. Und... Jo, jo. So. Äh... Bitte einmal mit der 6 unter Tage fahren. So, jetzt habe ich es richtig. Ich hoffe, wir können das angreifen. Weil das ist ja schon ein bisschen härter, ne? Sagt man ja. Stufe 3. Und da sollen wir hin? Oh nein. Gut. Zeit haben wir ja genug, ne? So ist es ja nicht. Die Frage ist nur... Wir werden bestimmt... Ich speichere jetzt erstmal vorsichtshalber. Falls wir sterben sollten... Also... Und da gehen wir ja... Bis zum nächsten Mal. Fürs nicht. Und da bin ich... Tschüss. Ich sehe dich, ich sehe schon wieder. Es ist ja nicht...